Ladies and Gentlemen, es wird wieder Zeit, dass ich gejagt werde von YouTubern und die einzige Möglichkeit, die YouTuber auszuschalten, ist sie abzuknallen, Leute. Ja, hart auf hart. Wir haben heute drei Kandidaten, nämlich Amir, Stani, Stani die Brille, und Ente. Was geht? Stani, auf jeden Fall heute ganz einfache Regeln, Leute. Jeder von uns spawnt drei Autos und darf sich eins auswählen. Ihr müsst mich ausschalten mit euren Waffen. Wenn ich einen von euch treffe, verfällt sein GPS. Wenn ihr mich bekommt und ein Leben ausschaltet, bekommt ihr ein GPS zurück. Ich habe drei Leben bzw. drei Autos. Wenn ich aber davor euch alle ausschalte und ihr keinen GPS-Toggle mehr habt, werdet ihr leider heute verlieren, Jungs. Habt ihr die Regeln verstanden? Nö. Ja. Wenn ihr gewinnt, bekommt jeder von euch 300 Euro. Wenn ich gewinne, bekomme ich 900 Euro back. Das habe ich nicht verstanden. Was? Das habt ihr nicht verstanden? Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu der Auto-Auswahl. Nämlich, Amir darf drei Autos spawnen und eins davon auswählen. Und, Jungs, nach jedem Mal, wenn ihr mich bekommt, wechseln wir alle das Auto. Okay? Du hast einen guten... Egal, darfst trotzdem nochmal zwei spawnen. Ist in Ordnung. Okay. Ja, ich glaube, du weißt schon, was du nimmst. So, Stani, du darfst auch. Nach jedem Kill wechseln wir alle. Profi out! Okay. Oh, der ist nicht schlecht. Rambog, Rambog. Vielleicht Panzergeschützt. Oh, der ist auch gefährlich. Oh, der hat sogar Boost, ne? Ja, aber er fährt sich halt nicht so gut, ne? Ja, der fährt sich... Aber wenn du mich damit wegboostest, kann das gut Damage machen, mein Lieber. Ja, ja. OP! OP! Ja, okay. Ein BMW. Was nimmst du denn, Stani? Äh, ich nehme das Wort Auto. Okay, Ente, du bist dran. Let's go! Eins. Ja. Weiter. Oh. Zwei. Zählt nicht. Zwei. Okay. Oh, Gott. Also, die erste Runde habt ihr vielleicht nicht so gute Autos, aber Jungs, nach der Runde wechseln wir alle Autos. Das heißt, mein erstes Auto wird jetzt auch gezeigt und zwar... Oh. Äh. Äh, zwei weg, zwei weg, zwei weg. Na, ich habe bei Ami auch. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Zwei sind weg. Zwei sind weg. Zwei sind weg. Zwei sind weg. Brussac macht die eigene Regeln. Ja, okay. Ich mache wieder eigene Regeln. Ich habe eh keine guten Autos. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Bentley nehme. Warte mal. Ich muss jetzt auch kurz... Oh Gott. Oh Gott. Ist das... Oh Gott. Das sind wirklich alles schlechte Autos. Ich habe auf jeden Fall kein gutes Auto. Das heißt, das erste Leben könnte ziemlich schnell weggehen und ich müsste am besten... Wunderbaro sagen, was ich mit dir mache. Ja, warte. Oh Gott. Also ich nehme den Bentley, aber... Ja, okay, Jungs. Okay, dankeschön. Ich werde auf jeden Fall den Bentley nehmen. Ihr dürft sogar, ähm, ja, euch erstmal Waffen geben. Ich werde Vehikel-Gottmund jetzt ausmachen und natürlich mir anzeigen, wie viel Leben das Auto hat, Freunde. Dazu werde ich mir auch Waffen geben. Das heißt, ihr müsst euch auch schützen. Wenn ich euch treffe, verfällt euer Toggle für die Runde. Wenn ihr mich kriegt, kriegt ihr einen Toggle zurück. Ich verstecke mich jetzt erstmal und ihr dürft erst losfahren heute, wenn ich bei meinem Versteck bin, okay? Okay. Das heißt, ihr dürft euch chillen jetzt ganz kurz und, ja, genießt die Zeit kurz. So Leute, solange wir hier die Zeit genießen, werden wir uns verstecken. Aber ihr müsst auf jeden Fall jetzt erstmal ein Like da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst, Freunde. Wir werden jetzt direkt starten mit einem kleinen Flughafen-Jump. Mal gucken, ob die da hochkommen und, ähm, ob die was machen können. Ich habe jetzt nicht das beste Auto, aber... Oh Gott, oh Gott. Also ihr seht das schon selber. Das wird eine Herausforderung sein vom Allerfeinsten. Ich werde jetzt erstmal auf dieses Dach hochjumpen und dann dürfen die Jungs auch gleich losfahren. Okay, ich bin jetzt auf diesem Dach hier gelandet. Ist vielleicht nicht schlecht. Wir lassen sie losfahren. Jungs, ihr dürft losfahren. Ja, ihr dürft losfahren, Freunde. Ihr dürft losfahren. Das erste Leben statt. Ich werde euch auch abschießen, sag ich euch, wie es ist, damit euer GPS weg ist. Jungs, wir wollen uns zu baiten, dass wir unser Dings verlieren. Ich will euch baiten, ich will euch abknallen, damit ihr euer GPS verliert und dann habe ich halt einfacher. Weil wenn ich alle drei GPS ausschalte und mich nicht mehr auf der Map findet, dann ist Feierabend für euch, Jungs. Wo seid ihr denn eigentlich, Jungs? Oh, der ist auf Flughafen, da. Mhm, aber wo? Oh, das ist Klassiker, oder was? Ja, ja, ja. Jungs, Jungs, passt auf, wenn ihr fliegt, schieße ich euch gegen den Kopf. Ah, und ich muss kurz schusssichere Reif machen. Ihr dürft ja auch schusssichere Reif machen, ne? Ganz kurz. Weißt du, hast du sehr leider. Ich empfieke Gottmood einfach. Okay. Okay. Ähm, ja. Oh, 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 ich kriege Schüsse ab. Oh. Oh, da dachte sich jemand, der ist schlau. Jungs, wo ist der denn auf diesen Dach, wo wir mal rausgehen? Nein, 15, ja, das ist einfacher. Ja, ich komme jetzt rauf. Ich habe nur dieses scheiß Auto. So, ich verstecke mich jetzt erstmal, damit ich keine Schüsse mehr abbekomme. So, jump, jump mal auch jemand, oder? Ja, tschül doch mal. Oh, ich habe start-up GT Auto. Ja, aber trotzdem ist es ein leichter Jumpente. Oh, 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 weg da hinten. Ähm, hast du ein Damage bekommen? Ja, ein bisschen, aber ganz leicht, ganz leicht. Oh, steinig. Okay, Jungs, äh, jawohl, jawohl. Der ist unten, ich habe ihn runtergebracht. Sehr gut, perfekt, 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 perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich werde jetzt gleich, seid ihr bereit, den ersten Toggle zu verlieren? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Erste, der seinen Toggle verliert, Ente ist. Schleit ihr doch schusssichere Fenster, oder? Sehr gut. Das wäre krass für Stani. Könnte sein. Das wäre krass für Stani, dann habt ihr einen Vorteil, das zählt sogar. Wenn ihr so ein Auto bekommt, dann zählt es. Jungs, ihr müsst hier einmal in die Zange nehmen. Ihr müsst mich halt einmal in die Zange nehmen, aber ich muss euch halt auch noch eliminieren, Jungs. Das heißt, er ist runtergejumpt wieder. Nee, das war doch nicht, doch nicht, doch nicht. Bro, jetzt macht ihr hier den Blaze, oder was? Bro, ich fahre doch einfach eine kleine Lunde. Nee, der fährt einfach nur gerade aus. Und der erste ist down. Der erste ist down. Okay, okay, paar Schüsse. Oh Gott, paar Schüsse abbekommen, das war vielleicht ein bisschen zu viele Schüsse sogar. Sag ich, wie es ist, ein paar Schüsse zu viel. Man muss ja auch mal wieder... Heveljumpen, heveljumpen, heveljumpen. Ich will nicht jumpen, ich jump auch, Jungs. So. Wo ist er denn, wo ist er denn? Er ist ja noch das Dach, Dach, wie war. Ihr dürft den Togeln, ihr dürft den Togeln. Ihr dürft mich Togeln, Jungs. Ja, 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 ich hab geteilt, ich hab geteilt, alles gut. Okay. Oder wiederum, mit ihm wiederum. Oh, ich hab jumpen, was geht? Nee, Stani, du bist leider runtergefallen, aber die Position ist gut, um dir kurz einen Headshot zu geben. Komm schon, Stani, ein Stückchen vor. Oh Gott, ich musste ja langsam die Jungs ausschalten. Aber läuft doch, läuft doch, läuft bis jetzt ganz gut. So, wo ist Armee, die kleine Kakerlake da unten? Ich geb dir einfach von hier einen Headshot. Na, du kannst mich leider nicht treffen, Bro, das warst dann auch schon wieder. Jemanden, Jungs, die müssen mich auch eliminieren, ich verstehe nicht, wieso hier nicht... Oh, warte mal. Chill doch mal. Chill doch mal. Bo, wir haben auch nicht die besten Autos. Hast du ein Hitkassiert? Ich hab Hitkassiert, ja. So, ich komm nicht auf mein Auto da hoch, Alter. Ja, ich glaube, du musst, dass wir die Jungs machen. Mann, 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 Mann. Ja, Armee, du musst, du musst ihn runterdingsen. Oh, also ich komm da nicht nicht hoch. Warte mal. Warte mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich komm da auch nicht hoch. Habe ich Armee verhiss gedrückt? Du weißt, was das Problem ist? Ich hab mehr Damage bekommen durch die ganzen Sprünge und alles als wie von dir. Ach so, okay. Boah, ich fliege zu weit. Oh, fettrotter, fettrotter. Oh, Ente. Ente ist der Erste. Boah, Flughafen ist der. Die will ich ausschalten. Die will ich ausschalten. Hilfe. Ente ist der Erste mit Togel GPS weg. Also, Jungs, bis jetzt muss ich sagen, schwach. Muss ich sagen, wie... Hä, Junge, Bro, wir haben auch voll die Müllautos. Was redest du? Ja, aber... Ente fährt mit einem normalen GT-Auto rum. Mein Auto fährt nicht schneller als 150. Also fühle ich mal nicht so. Genau, fühle ich nicht so. Ich hab mich gerabt. Ja. Oh, oh, Jungs, jetzt ist die Zange da. Jetzt haben wir doch die Zange. Los, dann holen wir dir. Jetzt ist doch die Zange am Start. Okay, ich muss jetzt langsam auch jemanden eliminieren von euch, Jungs, weil sonst wird das hier nichts. Uiuiui, uiui. Bro, du fährst doch nur weg. Oh, mein Gott. Ja, Bro, weil ich schon gelbes Leben habe. Ich muss ja auch den taktischen Hasen machen. Jungs, guter Mensch, guter Mensch, guter Mensch, guter Mensch, guter Mensch. Oh, mein Gott. Ich muss einen ausschalten jetzt. Halt ihr auf, halt ihr auf, halt ihr auf. Oh, wie, ich bin schon. Der brennt, der brennt, der brennt, der brennt. Sehr gut. Ich muss mich löschen gehen, ich muss mich löschen gehen, ich muss mich löschen gehen. Der hat auch die große Klappe gehabt, oder was? Ne, ich lösche mich jetzt, Bro, ich lösche mich. Mein Auto wird nicht explodieren, Bro. Solange ich es verhindern kann, werde ich es tun. Kanalisation. Stop, bitte, ja. Okay, okay, okay. Kurz Feuer gelöscht, Jungs, beste Dä- Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Warte, ich muss umdrehen, ich muss umdrehen. Ja, ja, er sieht dich, er sieht dich, er sieht dich, er sieht dich, er sieht dich. Oh, mein Gott, was ist denn los mit euch, Jungs? Let's go, Jungs. Let's go, Jungs, genau. Oma, was ist denn jetzt, Baby-Russer, okay? Ich hab noch keinen getroffen. Was ist denn jetzt los? Was geht los? Oh, mein Gott. Digga. Body Slam. Ja. Oh, mein Gott. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ey, ich kann mich nicht bewegen. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ey, ich kann nicht abschießen. Nein. Body Slam. Ey. Ey. Body Slam, Jungs. Deswegen will ich jetzt jemanden mitnehmen in den Grau. Nein. Oh, er schießt so big, er schießt so big. Oh, ja, geh weg, geh weg, geh weg, versteck mich hinter mir. Ich hab mich schon panzert. Wach, wach, wach. Verschleck mich einfach hinter mir. Die Jungs, ich... Er kann ja, ich... Hallo, Autos kaputt, Autos kaputt. Die Jungs, mein Auto fährt nicht mehr, ja, okay. Oh, mein Gott. Erste Leben weg, ohne. Das heißt, der hat ein Toggle extra. Okay, ihr habt ein Toggle extra. Jeder darf jetzt drei neue Autos spawnen, Jungs. Das war nicht so ein schlaues Leben. Nein, 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 nein. Ne, alle drei. Okay, ich schau an, Russak, pass auf. Ja, mach. Äh, okay. Äh, äh, äh. Okay, Russak, pass auf, eins. Okay. Oh, mein Gott. Du willst auch schießen? Theoretisch schon, oder? Ja, guck mal, das Ding ist... Aber der ist halt sehr langsam, bro. Ja, ich sag's, der ist sogar... Okay, aber du wirst mich damit niemals einholen. Das ist eine interessante Runde. Okay, der nächste. Leute, soll ich auf Panzer gehen? Aber ich werde ihn damit nicht einholen. Oh, Panzerwitz schwierig. Wir kriegen wir ihn irgendwie gestoppt und dann kannst du einmal auf den Draufplatz vorbei. Ja, aber, Bro, wenn ich einfach nur ans andere hände, das Stansparen braucht es ganz drüben. Nee, ich sag's ehrlich, der fährt einfach weg, Bro, ich nimm mir den fucking großen. Okay, Armin, der nächste. Okay. Eins. Stark. Ja. Oh, mein Gott. Du darfst upgraden, du darfst einmal upgraden. Wenn du Jump bekommst, bekommst du zum Beispiel Jump, wenn ich dann nicht. Wenn er Waffen bekommt, der gut. Waffen, 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 Waffen. Oh, mein Gott, hab ich Glück. Hat er Waffen? Oh, nein, 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 der nix. Jumper? Okay. Ein, wie konntest du da keine Wahl? Enter, du bist. Let's go. Let's go. Oh, okay. Eins, zwei, drei. Ich glaub, der Ferrari. Guck mal, wie ich gepanzert vorne meine Spiegel sind. Jungs, der nächste. Eins. Oh. So, oh Gott. Oh mein Gott. Nee, der ist der Müll. Warte, lass uns mal überlegen. Ich hab echt Müllautos heute. Kann der springen, der hier? Ich weiß es nicht. Kann der springen? Ich weiß nicht. Ich glaub, der kann springen. Nee. Nee. Boosten? Ich glaub, das ist der beste. Ich glaub, der ist nicht der beste. Ich glaub, ich geh mit dem Rollsie einfach. Ich geh mit dem Rolls-Royce, Jungs. So, Jungs, da würd ich sagen, gib mir ein paar Sekunden Zeit. Ihr habt einen Toggle extra. Das heißt, wenn ich einen Toggle eliminieren, habt ihr eigentlich einen Toggle extra. Mein Auto ist leider nicht so gut, aber ihr habt auch nicht so krasse Autos, muss man sagen. Deswegen ist es vollkommen okay. Geht so. Ähm, ich würde einfach mal sagen, gib mir noch kurz ein bisschen, ein bisschen Zeit, Jungs. Ein bisschen, ein bisschen Zeit. Und dann dürft ihr jetzt schon gleich losfahren und gucken, ob ihr mich aufhalten könnt. Ich würde sagen, Jungs, let's go. Ihr dürft los. Okay. Ihr dürft losfahren, meine Freunde. Ihr dürft mich getten, wie ihr wollt. Aber die Frage ist, ich muss halt jetzt wirklich auf Kills gehen. Ich muss mindestens zwei Leute, diese drei Leute ausschalten am besten. Alle drei einmal. Dann habt ihr einmal Bonus. Wo schaffst du eh dich? Ja, Armin. Bro, wie weit bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin ein bisschen weggefahren, Bro. Äh, ist voll weit weg. Du musst jetzt voll weit weg. Damit ich ein bisschen Überlegungszeit habe, wie ich das am besten mache. Vielleicht so ein Jump auf dem Dach oder so ist. Dann können wir uns vorher erst mal sammeln. Ja, der Rolls ist aber nicht so gut. Ich finde, ich würde aber überlegen. Ja, er macht den Blaze wieder, Jungs, er macht den Blaze wieder. Nee, ich würde einfach, dass jeder einzeln von euch gleich hier angedackelt kommt. Dann Hedge, 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 Hedge. Ich war einfach 400 Meter, bevor ich starb. Ja, ist doch gut. Aber denkt an, es gibt eh kein Zeitlimit. Ja, ja, ihr müsst mich in mein Auto explodieren und ich muss euch eliminieren. Ja, ist doch mal auf der Autobahn, Jungs. Ich dachte, der darf jetzt endlich. Rustig, ich bin gecrasht, ich darf ein neues Auto spawnen, oder? Wie, du bist gecrasht? Ja, ich darf ein neues Auto spawnen. Ja, dann muss es ja da sein, wo du gecrasht bist. Ja, ich bin nicht mehr. Nee, er hat die selber gespawnt, die sind despawned. Ja, okay, dann spawn. Okay, also ich sag's so, ich weiß echt nicht, ob ich Arme... Musik, was geht, Bro? So, ich bin jetzt auch nicht da, Rustig. Oh, ich jagt mich, ich jagt mich, ich jagt mich. Aber hilf mir! Oh, warte, ich hab vergessen, mir schlüssigere Reifen zu geben. Ja, Peck, Peck. Ich hab noch kein... Nein, 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 Bro. Bro, ich hab schlechtes Auto, ich kann nicht ohne schlüssige Reifen. Hittet mich paar Mal. Hittet mich mal, paar Mal, paar Mal. Okay, okay, okay. Damit es ein bisschen fäll ist. Ähm, ja, Bro, das ist halt random Zug, aber ihr habt da ein Bonus-Ding noch und ich nicht. Was hat eigentlich Stani für ein... Ah, Stani hat diesen Truck, ne? Ja. So, Mann, Mann. Oh, mein Gott, das war zu viel. Ja, 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 ja. Ja, kann ich ja abschliessen. Oh, was? Ein Toggle weg. Leute, der ist hier drin. Ich bin bloß man auch gar nicht, ich bin bloß man auch gar nicht, ich bin bloß man auch gar nicht. Oh, ich hab hier ein Ding, ein Ding, ein Ding, ein Ding. Sehr gut, sehr gut. Nein, du hast ihn rausgeholt. Danke, Bro. Nein, ich steck dir echt fest. Ich will rausgehen, ich halt ihn auf. Oh, mein Gott. Lass mich, lass mich, lass mich weg, weg. Okay. Okay, 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 Konzentration, Leute. Das war nicht so ein guter Move, wir haben zu viel Dämmig bekommen wegen Armys Crash. Aber... Oh, es geht, muss sich, gibt das. Halt ihn aufwenden, sehr, sehr, sehr gut. Was? Du? Ach, das ist nur der Karost. Ja, nächster Toggle weg, nächster Toggle weg. Ja, Stani, passt auf. Das heißt, ihr habt nur noch zwei Toggle und ein Bonus, äh, ne, ein Toggle und ein Bonus. Einer darf zünden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fahr einfach hinter dir, ich fahr hinter dir, ich fahr hinter dir. Ich togle einfach ab, ja? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich fahr hier schon Öl. Also ich fahr jetzt der einzige Toggle, der Öl ist, oder was? Ja, 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 und wir haben einen Bonus-Toggle. Okay, kurz ausgeschaltet, damit ich ein bisschen Zeit habe. Wichtig, 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 wichtig. Auch mal aufs Zeit gehen. Side to side. Side to side. I'm the man in the mirror. Ich schau mich jetzt. Bro, hast du ja hier unten rechts, oder? Du hast lange gebraucht. Keine Ahnung, ich hab dich nicht getoggelt. Der ist hier unten, der ist hier unten. Wo genau? Äh, ich hab ja erst mal mehr. Ich hab ja erst mal mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Chuck, Ente, wir können einfach rein, Ente, wir können einfach rein. Lass dich ins Wasser schubsen. Schau, schau, schau. Okay, geht das nicht. Ja! Oh mein Gott. Gute Kombi. Man in the mirror. Man in the mirror. Oh mein Gott, wie blöd mit dem Gaskanister. Das heißt, ihr habt jetzt einen Bonus-Toggle, das heißt, theoretisch, letztes Finale jeder einen toggle und das ist wirklich das ist jetzt das finale jetzt das war so wichtig sehr gut finale bereite ich mir lecker vor ok ente du darfst du bist das ist finale jungs jetzt hat genau jeder ein tor das ist echt spannend noch keine op ok noch kein op wenn ich jetzt ein op zu bekommen dann habe ich heute gewonnen jungs 1 mein gott mein gott was nehme ich bin da jetzt ich habe echt nur müll bekommen oh mein gott also das wird ich weiß ich glaube ich standard gta-auto okay jungs ich gebe mir kurz sichere reifen so jungs wir müssen ein bisschen vorteil geben kurz abhauen hier ich sage euch bescheid ihr dürft euch so lange formatieren das ist das finale das heißt entweder ihr bringt mich zum platzen oder ich euch alle jungs das haben wir noch zwei extra tolles weißt du dann können wir machen taktischen hasen du musst heute verlieren rustig es geht um 900 euro ok warte mal dann werde ich jetzt erst mal mehr ein interessantes ding machen okay dürfte los ihr dürft los das heißt ich werde einfach nur stein hat den torgeln das ist jetzt spannend wenn nur stein den torgeln hat dann ist es aber auch schwerer für euch nicht zu finden er sagt wo du bist ja aber stand jetzt glaube ich nicht so ein gutes auto ist oriental jetzt hier achte da oben okay okay er würde jetzt gleich ein job wahrscheinlich machen ich habe jetzt genau jetzt er schießt schon ich muss schnell den tor weg bekommen er schießt schon jungs ich glaube das hunter ding hat sich gerade gewechselt und zwar wie viel leben hast du ja oh mein gott ich muss eigentlich nein oh mein gott wieder getroffen ist so jungs ich sage euch so stand über glaube ich zwei mal low life kann es sein stelle ja kann sein autobahn die seht ja wo er ist wenn ich bin ich nicht mehr sieht dann wohl ich ihn wieder sehe ich wohl so wie ich habe ich habe ihn da wirst du was ich tue jetzt stand die ganz ehrlich ich was überhaupt er braucht wenn ihr so hier vor ist er hat doch auch eigene regel gemacht mit nur einer torgeln dann ja also mal sagt jeder den torgeln wir haben uns verdient ja ja aber jeder der muss den jahren schalten er trägt wiederum wo ich bei apple sind die ganze zeit ich fühle mich gerade wieder wie in der episode mit blackjack deine haut einfach wieder nicht so lange wie ihn sehen aber ihr könnt jetzt nicht so was machen wie ich habe ihn schon die ganze zeit getoggt gehabt dann sowas die bestanden callouten wenn ihr schon so was macht ja 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 nie dass am ende wie das am ende mir die ganze dann hinterher fällt und dann sagte ich habe die ganze torgeln er ist hier runtergejumped jungen also sowas halt ne das wäre halt ja ja verstehe das haben wir selber schon schlau oder ja aber das wäre unfair aber ja aber das wäre jemand schlau genug um auf die idee zu kommen ja du deswegen habe ich gerade gesagt das wäre so ein klassischer armiermuth ich muss ich muss schwitzen weißt du wie viel damage ich mir gerade gemacht habe als die zu dritt wieder da war du mich gecrasht und so verfolgt mich jungs togelt mich einfach aha ich mag den place einfach mal schneller was ist das denn man auch das tut gar nicht so also ist es nicht schnell aber ist okay hinter mir hinter mir ja ich bin sehr gut ich sehe dich ich sehe dich das macht ja keinen sinn ja ja ich habe überhaupt dann ich bin hinter ihm ich bin sehr gut freut mich trockelt mich trockelt mich ente trockelt obelding er ist aber auch du waren es nicht gekriegt okay okay er fällt wieder zwischen zu mir jetzt ist gut jetzt ist gut wenn ich mich ein bisschen irritiere da kommen wir entgegen jungs ja damit du bist ein tschüss brauche ich habe hier eine mission das ist eine killer mission das ist eine kleine schwitzige angelegenheit hier meine freunde er hat ja auch mal einfach nicht lang jungs er ist hier rechts hochgefahren die autobahn ja lass ich jetzt mach ich sag ehrlich so ja er ist runtergejumpt er ist runtergejumpt er dreht wieder um ich warte hier oh sorry er hat mich jetzt nicht geschossen oh mein gott oh mein gott oh mein gott hast du welche gekickt nächst slots freund ist der grüß fazer doch machen erklären wir das mal bitte dann ist glaube ich hinter mir hinter mir ich habe weg ich habe weg klick 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 also ganz ehrlich ente ich kann mir nicht abschließen von den händen das warte aber ihr habt jetzt nur noch ein toggle wer nehmt ihn ich habe den genommen das heißt der letzte toggle ist bei stanni richtig ich muss den holen ich habe keine tage mehr es ist finale 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 entweder nicht entkommen aber eure autos sind schnell schneller als mein muss irgendwie entkommen hey das ist das finale jungs finale keiner hat der toggle hast du wirklich ich werde auch oh mein gott also ich sage so ihr habt die ganze gut gespielt nur der letzte tor gepickt hat war der fehler glaube ich jungs aber ein fehler wird halt auch mal bestraft jungs wenn man mich mal nicht die taktik also ich muss sagen haben jetzt gut gemacht hat er einen unglücklichen crash da habe ich einen headshot geballert ich glaube armee hätte noch mal ein tor nehmen müssen hättet ihr bessere chance aber jungs ich glaube ich glaube es gibt einen sieger mein auto ist rot mein auto ist fast kaputt ihr hättet ihr mich einmal noch da in der gasse bekommen der autobahn nicht mehr weg aber jungs sie dürfte ich zu mir porten damit gewinnt heute der entkommer von den hunters jungs wo seid ihr kommen alle ja jungs es tut mir doch so leid aber ganz einfach jungs jungs entspannt ja okay ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich alle noch einmal abknallen aber hat nicht geklappt leute wie sind entkommen wir bekommen das geld geile runde schwere autos langsame autos aber ja das glück hat entschieden für mich bis zum nächsten mal checkt die bis zum tschau